so welcome back to darken town counter ja ich habe natürlich leider bemerken müssen dass ich hier schon wieder komplett ausgebaut habe ich habe alles was ich hier damals für doom for doom aufgenommen habe natürlich wieder mit der brutto doom erweiterung gemacht dass sich also wieder alles umbenennen aber diesmal habe ich daran gedacht diesmal habe ich es richtig gemacht ein traum so darken counter ja nein das war falsch der gewünschte das pferd wird mittlerweile bereits wissen warum deswegen die alte wurde natürlich muss ja leider sein so level 15 oh mein gott nein okay ja ich hätte es auf dem weg auf meinem bildschirm Ja genau, von da kamen wir. Okay. Halleluja, das ist ein Loch. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ok Okidoki Okidoki Geht doch schon witzig so einfach aus hier Habt doch mal ein bisschen ausgeräumt Ist immer wieder nice zu sehen, dass man echt einfach alle Gegner mit der Kettenge bieten kann Solange die Situation nicht zu ungenützig wird Na gut Wo geht's weiter? Hier nicht Ach ja Oha Wer bin denn? Wie ist die Hose? Oha Oh Gelbe Karte Äh Hat man hier auch offiziell ran oder bin ich jetzt grad zu weit gesprungen? Also hier kommt man runter Oh Kettensäger Haben wir ja noch gar nicht Oder kommt man hier hoch Und dann Doch Doch Wir sind wieder da weg Ok Danke Oh 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 So Oh 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 Ah Oh Oh Das ist so peilig hier. Was machen die denn hier? Okay. Alter Leute! Wo denn? Da. Oha. Boah, nice! Okay. Das wird wieder ein etwas verzwickter Moment. Woah. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Scheiße, nicht gut. Hä? Ich hab grad was gehört, was mir gefällt. Jawoll. Jawoll. Boah, zur Hölle ist der hier schon wieder los. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Boah Leute. Boah Leute. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. So, das haben wir zwei Möglichkeiten. Ah ne, das Ding ist so viel zu langsam. Das hier zum Beispiel. Die Frage ist doch, kann man jemals alles machen? Oh, Alter. Können wir einfach runterjumpsen? Ja, das geht. Oh mein Gott. Alter Schwede. Vielleicht gehen wir hier rein? Geht gar nicht. Kann ich hier echt nicht rein? Laut Plan wollte ich eigentlich rein können. Warum stirbt der nicht davon? So, Alter, was geht denn hier ab? Spider-Master Mike, wollt ihr mich finden? So, Alter, was ist hier los? Oh Gott. Wer greift denn hier an? Ach da! Ja! Boah! Okay, weißt du was? Könnte er haben! Geht hier rein? Oh, ja! Boah! Einfach mal ne schöne Falle hier! Boah! Gott! Ah, ich darf in die Drähte fallen! Boah! Okay, interessant! So, die Frage ist, wo geht's jetzt weiter? Jetzt auch noch das Ding! Noch gut! Gut, gehen wir erstmal hier rein! Wow! Oh mein Gott! Oh, alter geht das hier ab! Oh, alter! Meine Fresse! Okay, haben wir jetzt hier aufgeschreibt oder ist hier noch was? Ähm, es sieht soweit erstmal gut aus. Nur jeder Raum muss einen Sinn haben. Also sollte. Oder hat meistens den Sinn. Aber hier ist sich erstmal kein... Hier kommt er erstmal weg. Na gut! Dann hat der Raum halt keinen Sinn. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das für ein Viech? Ah! Noch so einer! Oh, da ist noch ne Spinner! Ah! Ah! Ist ja wohl so gedacht hier! Was ist das hier? Hier war das Secret, ne? Genau! Oh! BFG! Da muss ich noch gehen! Aha! Da umgehts noch ab! Oh! Ja, hier haben wir uns gleich richtig aufgeräumt! Wo sind wir jetzt hin? Abgehauen! Na komm! Oh my god! Oh my god! Halleluja! So! Jetzt müssen wir hier wieder zurück, ne? Ja genau! Jetzt müssen wir da nicht rein können! Können wir nochmal hochgucken, ob wir irgendwas vergessen haben! Uah! Äh ja! Zum Beispiel aufzupassen! Oh my god! Oh my god! Oh! Schiff für Rüstung und so! Das gefällt mir! Äh! Ach, weil doch! Können wir gar nicht! Uah! Was? Achso! Mir ist aus Versehen auf so ein Ding rausgefallen! Auf so'n... Hier auf so'n überstarken... Auf so'n... Wer ist denn das? Berserker-Mut! Guck mal, hier wird das nicht so... Halt doch schon wieder so viel Verschwendung! Ich würde das nicht verschwenden! Halt vorbei! Fuck! Geht natürlich nicht! Doch, es geht! Ha! Ich bin King! King of Lichtverschwendung! King of Effizienz! Aha! Genau! Hier können wir hoch! Ja schön! Oh! Haben wir? Ja doch, haben wir schon! Mann! Wir brauchen lieber den anderen Let's Play! BFG! BFG! Haben wir aber soweit, oder? Ja, haben wir voll! Ja, hier war der erste Cyberdemon! Oh Gott, Alter! Alter, wie viele Cyberdemon hier waren! Meine Fresse! Wir haben jetzt... Na, mindestens drei, glaube ich sogar vier Cyberdemon gerade erledigt! Gut, den ersten haben wir so erledigt! Ne, den ersten haben wir auch mit einer... Mit einer... Ja, eben bei dem ersten haben wir einen Kakodemon! Damit haben wir den ersten erledigt! Und dann, als wir von ihm den Runen aufgesammelt haben für den Cyberdemon und drei Cyberdemon rumgelaufen sind... Haben wir dann ein Spider-Master erledigt und noch zwei Cyberdemon! Alter, was für eine Scheiße, ey! Also mindestens drei Cyberdemon waren jetzt hier! Das ist definitiv nicht mehr gesund! Nur auch offen! Hä? War das jetzt unsere... Ne, ne, sind wir wieder hier! Du wärst ja gerade eben schon! Oha! Fuck! Aha! Oha! Aha! Oh! Oh mein Gott! Alter, Leute! Bringt euch mal hier nicht so auf! Kerze? Ist hier was? Nein! Warum ist da eine Kerze, wenn hier nichts ist? Das ist doch unfair! Was soll sich da unnötig Hoffnung? Hier sind auch Kerze! Das ist wahrscheinlich einfach nur zur Raumbeleuchtung! Keine Ahnung! Schweinerei! Oh, jetzt bin ich wieder hier oben! Ah, jetzt ist der Raum da offen! Okay! Macht das Sinn? Ich weiß es nicht! Warum sollte hier in dem Ding ein Türöffner für das Haus sein? Ach komm, jetzt fack auf Ihren Fuß! Was? Denk mich doch! So, hier haben wir ja bereits aufgeräumt, ne? Ich fass das mal als Nein auf! Hier ist auch nochmal... FG-Munition! So, hier war... Hier hatten wir ja aufgeräumt gehabt, genau! Oh, hier ist auch ne Kerze! Aber auch wieder nichts! Warum stehen die einfach random Kerzen rum, wenn da keine Secrets hinter sind? Doch da ist ein Secret! Wollt mich jetzt hier verarschen? Hä? Ja, leck mich doch am Arsch! Oh! Ne, ist aber kein Secret-Ende, oder? Ich würde schon wieder ein Secret-Level machen! Digga, wir haben jetzt heute schon drei Secret-Levels gemacht! Ne, schon gar nicht! Wir haben nur zwei, äh nur eins gemacht! Das erste, das zweite hatten wir ja... wollte ich ja machen, aber... Habt ihr noch verpasst! Also sowas von Secret-Ende? Könnt ihr mir glauben! Machen wir nicht! Gebt Bock! Ein Secret-Ende pro Tag reicht! Wir haben gerade drei Levels, äh, drei Let's Plays mit Ultimating! Und pro Let's Play gibt es pro Episode! Immer mindestens ein Secret-Level! Von daher... Alter! Der mit dem blauen Schimmern sieht ja echt geil aus! Nice! Gefällt mir! Oh, jetzt hab ich den Rufzug aufgesagt! Egal! Ist, ist egal! Ist mir grad sowas von egal! Oh! Jetzt haben wir sogar die offizielle Map! Da unten wäre noch ein Secret gewesen! Wollt ihr mich ficken? Oh, ernsthaft? Achso, das ist das, was hier umlang geht, ne? Ja! Das hier ist das! Na, das gefällt mir! Ist aber kein Secret! Doch ist ein Secret! Hä, wieso wurde das denn jetzt grad nicht angerechnet? Ah, ich war grad grad einfach zu schnell! So, das brauchen wir beides nicht! Also, noch nicht! Da ist auch noch mal so ein Raum! Hier waren wir bereits! Oh ja! Das ist genau normal! Gleich herum wieder hinten! Wow! Da geht also auch die Scheiße ab! Vielleicht nehmen wir denn doch die beiden Dinger da! Ich meine, bietet sich ja an! Wenn die da schon rumliegen! Und die Luft verpesten! Hier ist gar nichts! Oh! Oh! Später aufheben! Definitiv für später aufheben! Interessant! Was ist hier? Was ist hier drinnen? Ah! Wow! Okay! Das ist das Ende der Map! Definitiv! So! Und was ist hier noch? Äh! Gar nichts! Gar nichts! Und hier ist auch noch ein bisschen Munition für Plasma! Joach! Dann gehen wir mal zu den anderen Raum! Dann holen wir uns mal die beiden Items da oben! Und dann würde ich mal sagen, geht's ab die Post! Ne? Und man will ja nicht käglich sein hier! Danke! Danke! Und speichern! Und dann nehmen wir mal... Pentagram of Protection! Ach! Wir sind unbesiegbar! Boah! Fuck! Shit! Oh! Was machst du, Hölle? Komm! Und wenn ihr grad überlegt, warum ich erst so gesfruggelt habe und erstmal bei der Spinne da rum stand, weil ich überlegt habe, ob ich die ganzen Spinnen hier drin sind, mit der Runen erledige. Aber das ist mir aufgefallen. dass ich ja deswegen die Spinner erledigt habe, weil ich so unglaublich stark war, wahrscheinlich in diesem komischen Fünfeck da, in diesem roten super stark, der bin ich also scheinbar nicht nur doppelt so stark oder vierfach so stark, sondern einfach super stark. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, nee, das lasse ich mir mal für, wenn draußen noch ein paar Gegner auftauchen. Von daher hoffe ich mal, hier draußen tauchen jetzt noch ein paar Gegner auf. Das wäre das ganz ziemlich schön umsonst gewesen. Jetzt haben wir ja soweit, ah nee, es fehlt noch die blaue Karte. Oh, da sind noch zwei und wo kriegen wir die blaue Karte her? Leute, das ist ja kein Scheiß. Nein, aber das wollte ich gerade nicht, bitte lasse ich in Ruhe. Jetzt sind wir in der Ocho, wo ist die blaue Karte? Wo kriegen wir die blaue Karte her? Hier schon mal nicht, hier auch nicht, hier auch nicht. Hier ist nur der Teleporter, genau. Hat man die Jungfu bekommen? Wow, äh, was ist das für ein bisschen hoch? Ah, hier ist die Verrüstung. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ah, komm, spring doch. Achso, falsche Taste. Ha! Hab gerade hier zur Zeit meine Feststelltaste gesmacht. Also hier ist keine blaue Karte mit versteckt. Mal gucken hinten rum. Haben die hier eine blaue Karte mit versteckt? So, es gibt noch zwei Räume, wo wir noch nicht drin waren. Einmal da. Und einmal da. Dann können wir bei beiden nicht rein. Und bei beiden ist jeweils ein Monster drin, wahrscheinlich. Hier ist gar nichts drin. Ach, da oben. So, ich könnte aber wetten, dass jetzt mittlerweile die Runen weg ist. Ach, wir waren noch hier in dem Raum mit der Runen. Ja, also ist also weg. Okay. Fuck the shit. Dann wissen wir also schon mal, wir standen genau hier, like mich doch am Arsch. Gut. Ist aber auch relativ langsam beim Laufen hier. Na gut, der Weg ist ja auch nicht so lang, von daher. Haben wir noch ein paar Monster? Doch, mit 20 Stück, hoffentlich 20 starke. Das soll sich auch lohnen. Oh ja, das lohnt sich. Wow. Geht hier noch weiter? Ja. Äh, nein. Ah, Schalter. Komm, ja. Da ist jetzt das Exit. Ist hier noch irgendwo ein Monster? Es fehlen noch zwei Monster. Äh, weite Richtung. Das sind, die definitiv, hier drin sind noch zwei Monster. Definitiv. Die Frage ist nur, wie kommen die da raus? Wie kriegt man die auf? Oder haben wir noch woanders zwei Monster verpasst? Äh, ne. Das macht ja keinen Sinn. Also hier sind auf jeden Fall zwei Räume. Und es ist nah, dass die zwei Monster drin sind. Also jeweils ein Monster. Die Frage ist halt nur, wie kriegt man das auf? Ja. Ne, auch nicht. Ich dachte, dass wenn man sich die blaue Karte holt, dass man dabei den Trigger auslöst, aber war nicht. Alter, ernsthaft? Wir haben... Achso, wir haben gar nicht alle Secrets. Da hinten fehlt noch. Ne, da hinten fehlt noch. Da hinten fehlt noch. Da hinten fehlt noch. Ah, ich glaube, da hinten. Ganz rechts ist das Secret. Das kommt mir unbekannt vor. Mal gucken. Ich gehe mal nochmal hier hin. Oh, da oben drauf. Er leckt mich doch. Äh, gut. Dann gehen wir mal hier rein. So, da ist jetzt ein Secret. Ach, klar. Das hier mit diesen komischen, mit der BFG. Ah. Gut. Dann haben wir alle Monster. Äh, alle Secrets. Und es fehlt uns immer noch zwei Monster. Also ich kann mir nicht helfen, aber ich bin nur hundertprozentig sicher, dass hier die Monster drin sind. Und wie kriegen wir die da raus? Nein, da sind keine. Ah, verstehe ich nicht. Alter, bei der Vorführung, also hier vorhin, bei der ersten, äh, 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 Let's Play Serie da, die ich heute gemacht habe. Da haben wir auch ein Secret nicht gefunden. Jetzt finden wir hier zwei Monster nicht. Also, anders gesagt, wir wissen, wo die Monster wahrscheinlich sind, aber wir kommen da nicht ran. Ist doch. Die machen das hier auch, muss wir ärgern, kann das sein? Die gehen da garantiert ganz analytisch ran. Ja, was könnte ein Roni am meisten ärgern? Hm. Ach, wir können einfach mal damit, dass wir bestimmte Sequels auslegen, die ja gar über rein rankommt. Äh, äh. Kriegt die bestimmt auf die Palme. Na gut, ich soll jetzt hier nochmal rum noch ein bisschen hier, äh, Rüstung einzusammeln. Und wenn ich bei dem One keine Methode finde, wie ich die Dinger darauf bekomme, ne, dann war's das halt, ne, ne. Ich schiede mich einfach mal da rein. Mal ein bisschen hier, war hier noch eine Verrüstung irgendwo? Ne, ne. Ja gut, das hat uns jetzt auch schon was gebracht. Alter, ernsthaft? Ich, wow. Na komm. Ja komm, fuck off, ich. Lass mich jetzt hier einfach mal reinklippen. Mal gucken, was da kommt. Das war doch so klar. Wow. Ein Schuss hat's mir dann gereicht? Voll, wieso, wieso, wieso wird der für mich nicht aufmerksam? Yeah. Digga, alles, was er, alles, was die Schwerde hätte machen müssen, ist, auf mich schießen. Warum rennt die einfach nur da drin rum? Der hat mich doch gesehen. Vollpfosten. Na gut, leichtes Ziel. Äh, ich krieg mir ja keine Rüstung. Ähm, Rüstung? Ähm, Rüstung? Äh. Also da drinne, aber ich geh mir nochmal hinten rum. Hinten rum war ja, glaube ich, auch noch Rüstung. Jawoll. Und... Jajajajajaja. Nein! Uns fehlt eins! Wollt mich ficken? Gut, zum Glück ist ja hier drin noch ein bisschen, aber ernsthaft? Wollt ihr mich verarschen? Dankeschön. Goddammit. Das war ja schon ein Betrugsversuch, war das ja schon. Also... Das war ja schon... Äh... Jungs nicht nur mir global gepackt. Was? Egal. Äh, ja. Schau mit V.